Lehrer freier Schulen werden nun doch in das vom Land Mecklenburg-Vorpommern bezahlte Corona-Testprogramm aufgenommen. Das bestätigte das Bildungsministerium am Donnerstag. Die Pädagogen und Lehrer haben damit Anspruch auf bis zu fünf vom Land bezahlte Corona-Tests in den nächsten Wochen. Zuerst war diese Maßnahme ausschließlich für Mitarbeiter staatlicher Schulen geplant, aufgrund der Nichtzuständigkeit des Landes für die Lehrer freier Schulen. Nun werden aber zum Wohle der Sicherheit von Lehrern und Schülern auch die freien Schulen daran beteiligt.